Ja ihr Lieben, also ich stehe total auf Ibiza, ich habe noch ein Problem im Moment, ich habe sehr, sehr wenig Zeit. Das ist jetzt aber völlig wurscht, denn FlyNiki bietet einen hammer Kurztrip nach Ibiza an. Man haut sich am Donnerstag oder Freitag am Abend in den Flieger, bis Sonntag und ja, das mache ich jetzt und ihr seid dabei. Ja, die erste Nacht hier auf Ibiza war echt ein Traum. Ich bin hier in diesem wunderschönen Canlouk Hotel und ich sage euch nur eins, wenn ihr jetzt die Bilder setzt, dann wisst ihr, warum ich so begeistert bin. Eins ist natürlich klar, wenn man Ibiza Urlaub macht, muss man auf jeden Fall einer der legendären Hippie Märkte besuchen. Das mache ich jetzt auch. Also freut euch auf Adi im Love & Peace & Flower Power-Power-Look in wenigen Sekunden, Minuten. Ja, wer von euch hat Lust mit mir durch die Altstadt von Ibiza zu schlendern? Ich höre, es ist jeder dabei. Das freut mich sehr. Dann würde ich sagen, dann gehen wir gleich mal los. Wir dürfen uns jetzt freuen auf extrem stylische Menschen, Hammer essen. Ich würde sagen, gehen wir gemeinsam in den coolen Nassau Beach Club. Ja, also wenn ich schon mal ausschreibe wie ein Kapitän, ich meine bitte, man beachte dieses weiße, schicke Sakko. Dann fehlt mir natürlich noch ein Boot und ein und eine Privatinsel. Beides kein Problem. Dann fahren wir jetzt mit meinem neuen Boot auf die Privatinsel Tago Margo. Ja, bevor es für mich manchmal so gut geht, das war ein bisschen tiefer. nach Hause geht. Ich kann euch noch eines sagen, ich habe hier in Ibiza das, glaube ich, der romantischste und süßeste Lokal entdeckt, das Restaurant Patchwork und da wäre es mir, glaube ich, nochmal so richtig gut gehen lassen und diesen wunderschönen Abend ausklingen lassen. Bis zum nächsten Mal.